Sie sind besondere Leute und so wie sie sind, ein Teil von uns. Deshalb sind sie die Nominierten für den Sonderpreis für Inklusion. Die Erich Kästner Schule aus Itzstein. Moment, haben wir uns heute einen Job für mich? Ne, noch nicht. Ich muss mal gucken. Sieben, nimm das mal ein bisschen ernster. Du bist 17, bald 18 Jahre. Ich chill mal. Die Mosaik Schule aus Frankfurt. Die Erich Kästner Schule aus Darmstadt. Zum Beispiel, Sebastian hat trotz einer Beeinträchtigung ein Praktikum als Veranstaltungstechniker im Darmstadtium absolviert. Was durftest du denn alles so machen? Also ich durfte Lichtpult bedienen. Und der Gewinner des Sonderpreises für Inklusion ist... Alles, was wir gelernt haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Interesse Interesse L wie Leistung Leistung D Durchhalten dranbleiben Durchhalten Lange Arbeiten Untertitelung Untertitelung N Neues lernen Neues lernen G Geld 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 verdienen Angeka, was finden Sie denn gut? Ich kann gut Waffeln backen Wette aufhängen und bügeln Böse Ich kann gut malen Ich kann gut lesen Ich kann gut Partner für die Mannschaft machen Ich kann Affelecke an der Kasse Ich kann gut Ich kann gut Ich würde gerne als Maler arbeiten Bäckerei Okay Ich danke Sehr gut Dann hängen Sie es mal hin in der Werkstatt Ich will in der Kasse Ich will in der Kasse arbeiten Ich will in der Kasse arbeiten Ich will in der Kindergarten arbeiten Aber Ich kann gut Ich würde gerne mitgehen, aber ist mir nicht sicher Einen Schulabschluss habe ich dann? Sie haben hier auf der Förderschule einen Schulabschluss ohne Prüfung. Das bedeutet, dass Sie dann für einen Beruf es ein bisschen schwieriger haben werden, weil alle Ausbildungsberufe meistens einen Hauptschulabschluss voraussetzen. Ja, Kohl! Oh Mann! Guck mal was! Komm! Die Entkräuterschule. Hohleheimer Werkstatt. Schatten. Braunheimwester. Schatten. Alle zusammen. 1, 2, 1, 0. Erobern neue Planeten. Suchen Berufe. Neugiere und Interesse sind unser Antrieb. Unser Motor ist Wissen und Selbstbewusstsein. Wir schreiten zu den Sternen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF.